So, ehm... nachdem es mein Spiel ganz abruppig mal ausgingen hat, weil ich anscheinend den Geist gesehen habe... ehm... wollte ich das noch sagen... am Anfang, das ist leicht geworden, weil ich gesagt habe, dass das Spiel in einem Stra... das ist besser wie ein Straßenkerr-Simulator... ojo, das Spiel geht nicht... geht durch den Traktorsimulator und ich weiß nicht, das geht ab wie so... ehm... ich wollte am Anfang, das noch so, dass... das wird nämlich abgeholt, genau so, dass ich mega gebläht habe... und... angefangen, um zu kreischen und durch die Gegend gerannt zu meiner Mama gerufen und... ne, Anfang nicht, ne... ich meine gar nicht... ehm... ja... schon einfach die Geist dahin gesehen und dann das Spiel ausgehen... ich denke viel versprechen, aber das Spiel... es ist schon nicht mehr wert... das war's für diese Let's Play... ehm... nächstes Mal spielen ich irgendein... irgendein random Spiel... alle, bis dann... amen... bis dann... amsche ... uns... nicht... keine... los,